Advent, Advent, mein Hirn, es klemmt! Ja, herzlich willkommen zu Tag Nummer 9 von Advent of Code und wir wollen uns heute natürlich der 9. Coding Challenge hier widmen und zwar ist es diesmal eine kleine Cypher, die wir entschlüsseln müssen, also eine Chiffre. Nichts Kompliziertes allerdings, es handelt sich hier nämlich um das XMES, das Exchange Masking Edition System und ja, dort werden Zahlen einfach angegeben und wir müssen überprüfen, ob die alle wirklich gültig sind beziehungsweise wir müssen überprüfen, ob welche Zahl als erstes ungültig ist und Gültigkeit bedeutet, wir haben eine gewisse Präambel und das sind die nächsten oder die ersten 25 Zahlen das heißt zum Beispiel Zahlen von 1 bis 25, das muss nicht sein das ist hier nur ein Beispiel, so Zahlen von 1 bis einschließlich 25 und wir müssen überprüfen, ob jetzt die nächste Zahl, also die 26. Zahl, ob die gültig ist und naja, die ist gültig, wenn es in diesen 25 Zahlen der Präambel zwei Zahlen gibt, die die Zahl ergeben, also wenn man sie aufsummiert das heißt zum Beispiel 1 und 25 oder 2 und 24 oder 3 und 22 und so weiter und so fort ja genau, all diese Kombinationen wären gültig im schlimmsten Fall gibt es natürlich sehr sehr viele Kombinationen davon aber es reicht uns eine aus, die gültig wären es ist aber egal, welche zwei Zahlen aus der Präambel wir miteinander aufsummieren denn wir haben hier offensichtlich auch 49 als gültige Zahl und zwar, weil das 24 plus 25 ist 100 gäbe es nicht, aber genauso gäbe es 50 nicht, weil wir jede Zahl nur einmal beachten dürfen aber hier ist natürlich noch eine Sache wichtig was ich hieraus nicht lesen konnte ist, ob wenn wir jetzt zum Beispiel die 35 zweimal in diesem Zahlenstrom drin haben ob wir dann zweimal die 35 nehmen dürfen oder nicht und ich nehme an, dass wir das dürfen ich habe es mir aber noch nicht, also ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert nun ist natürlich unsere Frage ist, welche Zahl ist die erste Zahl, die hier nicht mehr gültig ist also welches ist die Zahl, die wir hier eintragen müssen und ja, unser Puzzle ist das hier ich glaube tatsächlich sogar, dass diese Zahlen hier alle unik sind ehrlich gesagt, hui, werden das große Zahlen, okay ich glaube die Zahlen werden hier tatsächlich, ähm, werden alle unik sein das kann ich aber natürlich erst sagen, wenn wir es ausprobiert haben so, okay, also probieren wir das einfach mal hier aus das heißt, wir müssen die ersten 25 Zahlen quasi komplett ignorieren und danach können wir, ähm, oder müssen wir überprüfen also das heißt, wir sagen natürlich wieder mal und hier sagen wir jetzt, ähm, Numbers ist gleich ne, ich glaube wir machen das gleich ordentlich wir sagen, wir definieren Numbers hier oben drüber weil wir hier wirklich ausschließlich mit Zahlen zu tun haben und, ähm, hier sagen wir jetzt einfach mal for i in f.read, äh, read Punkt Split Lines ähm, das machen wir hier mal separat und jetzt fügen wir hier in Numbers natürlich, ähm, die direkte Zahl hinzu das heißt, wir fügen hinzu Punkt Append Int von i das sollte uns nicht um die Ohren fliegen, weil das alles Ganzzahlen sind das heißt, wir haben hier schon mal quasi unsere Zahlen als Zahlen können jetzt mit Zahlen arbeiten und nicht mehr mit, mit Strings das wäre nämlich irgendwie ein bisschen unangenehm so, und jetzt können wir, müssen wir hier natürlich das Ganze überprüfen so, for i in Range jetzt ist natürlich interessant, wo wir anfangen wir können eigentlich direkt bei 25 anfangen ähm, also wir fangen, bei den Zählen fangen wir, fangen wir ja mit 0 an aber wir müssen erst den 25, nee, den 26. Eintrag in unserer Numbers Liste angucken weil die davor sind ja automatisch valid, weil das unsere Präambel ist das heißt, die müssen wir nicht mal betrachten so, und, ähm, hier gehen wir natürlich weiter bis len von Numbers und, ähm, überprüfen jetzt, ob die alle gültig sind so, und jetzt gibt es hier in Python eine wunderbare Art und Weise, wie wir das machen können und zwar sagen wir jetzt hier form a, b, also quasi die beiden Zahlen oder i und j, sucht euch aus, was ihr wollt, wobei i ist belegt bei uns deswegen habe ich jetzt A und B genommen ähm, und zwar gehen wir jetzt hierher und nutzen ITER Tools ITER Tools habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal vorgestellt ähm, ist ein sehr nützliches Tool ITER Tools sind sehr nützliche Tools, wenn ihr irgendwas mit, ähm, ja, mit ITERables macht also mit durchlaufbaren Objekten, wie zum Beispiel Listen und zwar können wir hier über ITER Tools einfach wirklich uns Kombinationen erstellen lassen und zwar Kombinationen, ähm, also ihr könnt alles möglich damit machen aber wir wollen, also wir wollen keine Permutation, wir wollen Kombinationen haben ähm, quasi alle möglichen Kombinationen von dem, was wir hier jetzt eingeben und zwar wollen wir unsere Zahlen einfach auslesen ähm, so und jetzt natürlich die Frage von wo bis wo wir es auslesen wollen wir wollen natürlich, ähm, an der Stelle I minus 25 anfangen das sollte in unserem allerersten Fall, weil wir bei 25 anfangen zu zählen, sollte das 0 ergeben das wäre die erste Zahl, die wir überprüfen müssen, das ist richtig und, ähm, wir laufen durch bis I weil dann wird ja die I-te Zahl, also quasi unsere, ähm, Current Zahl ist ja gleich Numbers von I das ist ja, ähm, sozusagen Numbers von, also beim ersten Durchlauf Numbers von 25, also der 26. Eintrag das hier wird euch den 26. Eintrag ignorieren, also den nicht mit einrechnen und ja, von diesen Kombinationen, wie viele wollen wir davon? naja, wir wollen zwei aus diesen Zahlen ausrechnen also quasi einfach zufällig zwei von diesen Dingern hier ziehen und, ähm, ITER Tools.Combination, es gibt euch jetzt wirklich alle möglichen Kombinationen aus dieser, aus dieser Liste hier an, wo zwei Zahlen rausgepickt werden das heißt, es pickt euch alle möglichen Kombinationen das sind natürlich viele, aber wir müssen uns nicht mal Gedanken drüber machen welche das eigentlich sind, deswegen mag ich ITER Tools so sehr und ja, eigentlich ist jetzt relativ leicht das Ganze zu überprüfen A plus B wenn das gleich, gleich, ähm, unserer aktuellen Zahl ist dann können wir hier rausbreaken und wenn wir hier unten ankommen und wir haben das ganze Ding noch nicht gefunden dann haben wir natürlich, ähm, ja, dann haben wir sozusagen ähm, unseren Kandidaten gefunden, für den das nicht mehr gilt jetzt ist die große Preisfrage, wie machen wir das? es gibt, ähm, Moment, gibt es da nicht auch noch ein ich hab das mal vorgestellt, lass mich mal kurz nachdenken da gab es irgendwas, was nur ausgeführt wird, wenn die Vorschleife wirklich zu Ende läuft else war das, genau, das war ein else das hab ich mal vorgestellt in einem Video das hieß, glaub ich, else an komischen Orten oder sowas ähm, genau, das ist im Endeffekt jetzt hier das wird nur ausgeführt, dann, wenn unsere Vorschleife komplett zu Ende läuft und, ähm, ja, dann printen wir uns das Ding einfach so, und, äh, dann können wir hier mal durchlaufen und wir sehen, wir printen genau eine Zahl aus das wäre 1877 das heißt, nur für diese Zahl ist dieses Break hier nicht ausgeführt worden also gehen wir hier her und das ist eigentlich auch schon unsere Lösung für Teil 1 sollte es zumindest sein wenn ich mich nicht vertan habe that's not the right answer schade ähm, too low was muss ich denn machen mit der Answer ist das unsere Answer schon direkt? ähm, das ist die erste Zahl irgendwie meine ich, dass das trotzdem richtig sein sollte, oder nicht? ähm, okay das ist seltsam warum ist das falsch? hab ich irgendwas falsch gemacht? äh, ah, oh ähm, nee, halt, stopp in this rule ist 127 nee, ähm, ist okay eigentlich sollte das passen hm, hm, hm oh, Moment mal oh, ich hab das falsche Rätsel ausgeführt okay ja, ähm Entschuldigung das kann natürlich immer mal passieren wenn man es noch nicht einmal ausgeführt okay, wow ja, das war nice also ich fand die Challenge jetzt gar nicht so hart muss ich ehrlich gesagt zugeben ähm, weil die natürlich ja, mit Python wirklich super leicht lösbar ist mit diesen ITER Tools hier weil das quasi uns die komplette Arbeit abnimmt das ist einfach mega geil so, Challenge Nummer 2 the final step in breaking the X-Mis encryption relies on the invalid number you just found you must find a contiguous set of at least two numbers in your list which sum to the invalid number from step 1 das heißt, wir müssen zwei Zahlen finden ähm zwei kontinuierliche Zahlen finden oh nein mindestens zwei also mindestens ein Set aus mindestens zwei Zahlen finden die zusammen die Zahl ergeben das heißt, wir summieren quasi von 15 bis 40 auf und erhalten als Ergebnis dann die Zahl, die wir gerade ähm uh okay wow ähm krass ähm okay ja, kann man das irgendwie intelligenter lösen als einfach durchzulupen? wow, das ist die Encryption Weakness Moment X-Mis list wie muss ich denn das dann da eingeben? add together the small ah to find the Encryption Weakness äh add together the smallest and largest number in this contiguous range das heißt, wir müssen erstmal die Range rausfinden also von wo bis wo wir die Zahlen aufsummieren müssen und ähm damit sie quasi unsere, unsere ähm diese Zahl hier ergeben und wenn wir diese Range haben dann müssen wir dort das Minimum, das Maximum raus, äh äh, finden äh, okay also das heißt, wir brauchen natürlich das ist unser, ähm ähm, ja wie nennen wir es? unser Target oder sowas Target ist gleich, äh, minus 1 und hier ist dann natürlich unser Target gleich Current so, dann können wir nämlich beide Challenges auf einmal laufen lassen okay, ähm jetzt natürlich die Frage wie kriegen wir das hin? ähm ich will es ein kleines bisschen effizienter machen und zwar, wenn wir, ähm wenn wir hier das Ding haben also wenn wir hier zum Beispiel 0, 1, 2, 3, 4, 5 haben und wir sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel 2, 3 und 4, ja dann sagen wir, wir fangen hier bei 0 an das ist zu wenig also 2 plus 3 plus 4 wäre 7 wäre 9 also 0 wäre zu wenig dann nehmen wir noch eins dazu, 1 wäre zu wenig 2 wäre, äh, 3 wäre zu wenig 6 wäre zu wenig 10 wäre zu viel und, ähm dann schieben wir quasi von rechts die Klammer weg also quasi, dass wir hier sagen, wir haben 0 bis 4 und dann haben wir plötzlich 1 bis 4 das ist immer noch zu viel also haben wir 2 bis 4 und dann sind wir quasi richtig wenn wir dann wieder zu wenig sind, dann nehmen wir noch die 5 dazu und, und so weiter und so fort so stelle ich mir das eigentlich vor dass wir quasi, ähm, die Klammern sozusagen immer weiter schieben dann hätten wir, glaube ich, eine Laufzeit von eigentlich O von N das heißt, wir laufen in linearer Laufzeit weil wir ja nicht mehrfach hier diese Liste durchgucken wir könnten natürlich auch einfach alles durchprobieren dann hätten wir wahrscheinlich O von N hoch N oder sowas das wäre nicht so geil, ähm, weil O von N hoch N ist echt verdammt langsam ähm, wir können hier jetzt auch nicht mit davor arbeiten, ne ähm, 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 wir sagen Head ist gleich 0 tail ist gleich 0 und wir schieben diese Klammern jetzt da wirklich durch es muss ja eine Lösung geben ähm, das heißt, wir sagen, ups, while ähm, while Head ne, Moment, ne, der Head muss hm, Head kann ja theoretisch auch gleich groß sein wie ne, das ist einfach nur while true hier, fertig wir, wir breaken das nachher okay und hier sagen wir dann unsere Current, ups, Current, äh, List ist gleich, ähm, wir haben es genannt Numbers von so, wo fangen wir an? wir sagen tail, da fangen wir an wir gehen bis zum Head und dann überprüfen wir, ob die Summe also if Sum, weil es gibt ja dieses wunderbare Sum wenn die Summe über die Current List wenn das genauso groß ist wie unser Target dann, ähm, printen wir das ist quasi uns wisst ihr was das ne, wobei, doch, wir können es gleich hier reinmachen dann printen wir, ähm, das, ähm, Maximum von unserem, von unserer Current List plus das Minimum von unserer Current List das wäre ja quasi unser Ergebnis so, jetzt müssen wir aber noch verschieben wenn wir hier sozusagen l if wenn wir ein ähm wenn die Summe ja, wisst ihr was, das müssen wir auslagern hier Sum von Current List das kann man wunderbar auslagern so, dann müssen wir es nämlich nur einmal berechnen lassen das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen schneller so, Sum, wenn Sum List kleiner als das Target ist ups, als das Target ist äh, dann schieben wir die, ähm, den, den Head weiter also dann sind wir quasi zu klein da brauchen wir mehr drin und nicht weniger drin dann sagen wir also Head plus gleich 1 ansonsten, ähm, Sum von List größer Target dann schieben wir unseren, äh, Quatsch, unser Tail 1 weiter damit wir wieder weniger drin haben und es muss ja irgendwo eine Lösung geben ähm, aber was machen wir hier? wenn wir, ähm, wenn unser Head ne, wir machen hier tatsächlich eine Abbruchbedingung rein wenn der Head größer ist als die Länge von, äh, von Numbers oder gleich groß dann, äh, müssen wir hier breken dann haben wir keine Lösung oder so Print No Solution okay, sollte uns aber eigentlich das hier ausgeben wenn ich mich nicht gerade hart getäuscht habe No Solution, verdammt, okay ähm, hm ja, natürlich, weil ich hier Minus gleich 1 gemacht habe und nicht Plus gleich 1 ich wollte natürlich das Tail weiter schieben, ja immer noch No Solution, okay, schade ähm, wenn wir zu groß sind, wollen wir das Tail weiter verschieben wenn wir zu klein sind, wollen wir den Head weiter verschieben wir berechnen uns unsere Teilliste wieder mal aus Numbers wir berechnen uns die Summe unserer Number ah, oh ja, natürlich, ähm, und dann müssen wir hier natürlich auch breken wenn wir das haben dann brauchen wir das eigentlich wirklich nicht hier so, aber das wird mir nichts ausgeben, ne? okay, daran lag es nämlich nicht wenn unsere Summe so groß ist wie unser Target dann wollen wir theoretisch hier das Ding ausgeben was ist denn unser Target? können wir das mal kurz bitte ausgeben? ist denn unser Target vielleicht falsch? Print von Target unser Target sollte nämlich immer noch dasselbe sein also erstmal müssten wir ja sehr sehr viel inkludieren hier bis wir ah, hier müssen wir auch noch aufpassen, ne? wenn wir hier Moment, wieso haben wir hier nicht wir müssten hier theoretisch zumindest die Lösung rauskriegen wo wir aus der Liste genau ein Element haben wenn wir aus der Liste mindestens also, wenn die Liste kleiner ist als ein Element dann müssen wir direkt den Head vergrößern sonst macht das ja gar keinen Sinn also, if CurrentList äh, kleiner als 2 dann Head plus gleich 1 immer noch nicht aber gut, es war eigentlich nur ein ähm nur ein SafeFail weil wir hier natürlich auch noch die Zahl an sich kriegen können also unsere Teilliste könnte ja einfach aus einem Element bestehen nämlich unserem Target das müssen wir hier natürlich noch rausfiltern das habe ich vergessen ähm aber eigentlich müssen wir hier die Summe bekommen was genau funktioniert hier nicht wie hoch sind denn Head und Tail am Ende? äh, Print ich schreibe irgendwie immer momentan komische Sachen Print, ähm Head und Print Tail ich will jetzt wissen, wie groß die sind 0 und 0 das heißt, die werden nicht vergrößert warum werden die nicht vergrößert? äh hä? äh? ne also, hä? äh? was genau ist das Problem? hä? warum existiert das Ding nicht? ach Gott oh man Cedric guten Morgen yo hier so found solution oh Mensch es tut mir leid Leute manchmal bin ich einfach noch müde offensichtlich so found solution okay wir haben es gefunden ja sehr gut das sollte unsere Lösung sein manchmal steht man einfach bei solchen äh absolut ja absolut einfachen Sachen komplett auf dem Schlauch aber ich glaube es ist trotzdem mal gut zu sehen wie man das Ganze dann vielleicht nicht debuggen sollte ihr solltet nämlich intelligenter vorgehen als ich und nicht mit Print Statements arbeiten arbeitet bitte mit Breakpoints macht seid besser als ich okay seid bitte besser ähm ja wir haben hier schon found solution Moment das ging aber ein bisschen arg schnell Kollege Debugger was ist los mit dir? okay dann meine ich natürlich sowas wie hier zum Beispiel dass man hier auf Debuggen geht und dann sehen wir hier A wir sehen ähm I ist 999 999 warum ist I 999 interessant ist die Anzahl an Zeilen genau 999 egal ähm wir sehen hier A und B und wir sehen den Head und wir sehen die Numbers und wir sehen auch Target ja wir sehen quasi alles wir müssen nicht mit Print arbeiten wir können einfach hier ein Debug ähm Breakpoint setzen dann haben wir schon unsere Lösung ähm wie gesagt seid besser als ich okay das war es eigentlich von meiner Seite ich hoffe euch hat die Challenge auch wieder Spaß gemacht ich fand die heute ehrlich gesagt leichter als die gestern aber es lag glaube ich einfach daran dass wir Python benutzt haben wenn ihr was anderes benutzt habt schreibt mir das ganz gerne ich bin gespannt was eure Lösung in anderen Sprachen ist und ob es da auch solche coolen Kniffe gibt und ja wir hören uns wieder beim nächsten Mal bis dann ciao